Hallo zusammen, wir haben Freitag, den 5. August 17.38 Uhr. Den Film heute mache ich noch und dann mache ich noch Filme bis Mittwoch und dann bin ich mal zwischen 10 und 14 Tagen weg. Nur, dass das jeder weiß. Und danach gehe ich auch die Filme an, die ihr euch da gewünscht habt, auf meiner Wunschliste. Tja, der DAX hat versprochen und hat geliefert. Es ging um die 13.761, das Gap hier vom 10. Juni. Hat er gemacht, hat er sich geholt, leicht überboten, ist zu. Ich kann das jetzt hier rausnehmen. Das ist erledigt. Was mir gestern schon nicht so gefallen hat, das sind diese üblichen Sachen hier. Er ist aus dem Band raus und ins Band rein, schließt in der Nähe eines Tagestiefs mit einem Shootingstar. Das ist nie besonders gut. Ich hätte mir gewünscht, dass er heute mal irgendwo hier über die 15.700 drüber geht. 30, 40 hat er so nicht gemacht. Aber es hat ausgereicht, um hier so eine kleine, sagen wir mal, Atempause einzuleiten. Diese Atempause kann gehen bis zu der Verbindung 20-Tage-Linie und dieser Flaggenoberkante. Das trifft sich am Montag bei 13.205, 210. Das ist jetzt die Unterstützung. Widerstand, egal für welchen Short oder vielmehr Stop für jeden Short, ist der Bereich von 13.830. Das ist nicht das Hoch, sondern das Hoch plus mal 30 Punkte. Machen wir uns nichts vor. Der Freund hat sich jede Pause verdient. Ob die jetzt korrektiv läuft, also hier runter oder seitwärts, ist schwer zu sagen. Ich tendiere allerdings dazu, dass er das hier alles abbauen muss. Ich mache mal das Bild ein bisschen enger, dann sieht man es besser. Das hier alles abbauen muss. Diesen überkauften Zustand hier. Das Histogramm im MACD wird jetzt schon wieder ein bisschen kürzer. Also ich sehe schon eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass wir eben diese 3.205 bis 10, dass wir die mal sehen. Da muss man neu überlegen. Ich finde die nach wie vor sehr spannend. Es gibt jeden Tag eine neue Geschichte, ob es heute die Deutsche Post ist oder auch mal die Bayern nach unten. Ob es die Lufthansa war in dieser Woche. Ich hatte die auch für die App gekauft. Ich habe zu früh gegeben, weil ich wollte mich nicht auf diese Gewerkschaftsgeschichte da einlassen, auf die Lösung. Die ist nicht schlecht für beide Seiten anscheinend wirklich ganz gut. Aber das habe ich auch schon so und so erlebt. Das wollte ich nicht. Da möchte ich nicht dabei sein. Die Banken haben sich ordentlich verhalten. Also man darf sich hier wirklich nicht beschweren. Wie gesagt, versprochen und geliefert. Dann dieses Schaltsignal hier geliefert. Vor diesem Hintergrund glaube ich wirklich, dass wir hier nochmal auf die 13.200 runtergehen. Und damit ist nichts passiert. Schwierig oder blöd, sagen wir es mal so, wird es erst, wenn wir den Punkt hier unterbieten, das ist die 13.050. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Die sind diesmal ein bisschen mehr gehebelt. Und zwar als Call ein Basis 13.017. Das liegt eben unterhalb von dieser eben genannten Unterstützungslinie hier. 13.017 Hebel 24. Ich kaufe den noch nicht. Ich möchte gern wissen, was der macht bei der 13.200. Das ist die GK801Q. Und als Put, auch relativ eng mit dem 25er Hebel, ein ganz knapp über der 14.000, zwar über 14.078. Da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Das ist die GX8 SL3. Also ich denke, der wird jetzt erst noch mal ein bisschen den Hebel abbauen, respektive steigen im Preis. Weil nochmal, ich rechne eher damit, dass wir die 13.200 sehen. Das hier muss sich alles ein bisschen abbauen. Nun, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich nicht zu heiß. Ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bye.